Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute zocken wir die Costume-Zombi-Map House of Horror und ich muss dazu sagen, das ist eine Beta-Version und mit dabei ist Kampfscharf. Guten Tag. Auch in einer Beta-Version, nein. Tjo, Kampfscharf in der Beta-Version. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ey, die Map passt ja richtig zur Uhrzeit. Ich hab richtig Angst. Das sieht richtig nice aus. Es ist richtig, richtig, richtig dunkel und ich höre einen Wolf. Ich sag, das ist ein kleines Mädchen, also bin mir nicht ganz sicher. Nein, das ist ein Wolf auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich kaufe mir auch gleich raus. Das ist unser zweiter Versuch, weil ich bin gerade eben bei unserem ersten Versuch, bin ich glaube ich, wo war denn das? Ach so, da vorne. Da bin ich Out of Map irgendwie gefallen und dann haben wir einfach neu gestartet. So, 500. Kann ich mir noch gar nicht leisten, aber mit dir kamen die ganzen Zombies. Vier Stück kamen bei mir. Kommt am Anfang immer. Immer das selbe. Max M.O. Weil das bringt es natürlich bei der Piste, die eh nichts kann. Ne, bringt wirklich was. Oh, da konnte man dann gerade gar nicht langrennen. Ne, geht gar nicht. Wow, dann muss ich auch was nie. Wow. Manchmal kannst du irgendwo langrennen, manchmal nicht. Instackel, schön alles messern. Ha, perfekt. Krieg ich 130 Punkte? Da muss ich mal drauf achten. Moment. Ich krieg 110, glaube ich. Fürs Live. Noch mal 10. Ja, irgendwie. Hier, der Kistenspot ist so episch. Der ist so episch, der Kistenspot. Ein schöner Sarg, ja. Und noch ein bisschen Messer hier. So. Okay, das ist ein Wolf, aber ich könnte schwören, im ersten Versuch ein kleines Mädchen gehört zu haben. Okay. Boah, das Haus, Alter, das sieht so episch alles aus. In düster auf jeden Fall, ja. Richtig unfair. In der Beschreibung stand irgendwie, man kann keine Waffen kaufen, ne? Nein, ich hab auch noch keine. Hier liegen aber zumal welche rum. Ja, ja, ich hab gerade einen aufgehoben, der MP40 nämlich. Okay. Deshalb, ich glaub, man kann hier nur Waffen aufheben. Ja, ja, ja. Und Power-Ups, so hab ich auch noch nie irgendwo stehen sehen oder so. Power-Ups, doch, haben wir schon gekriegt. Äh, Perks. Achso. Das mein ich, ich verwechsel die beiden Sachen nochmal, ich weiß nicht warum, ey. Boah, ich geh jetzt mal in die epische Kiste, wo ist sie denn da? Stimmt, Geld ist da. So episch. PTRS, Alter, so'n Scheiß. Was soll ich denn da mit auf der Map? Da ist ja nichts zu. Mit Browning. Sehr schön. Browning ist immer gut. Damit kann ich das wegschnitzeln. Oh ja. Du bist ganz gut. Äh, wie Silence? Browning, Silence? Sei bald. Ja, ist sie leise? Äh, nein. Das ist ein mega fettes Maschinengewehr. Achso, das kann ich gleich testen. Ich hab's ja noch nicht ausgepackt, weil ich heb mir die auf für den Moment, weißt du? Oh, ich bin gleich leer und ich weiß nicht, wo man überall lang rennen kann, dass ich hier gleich irgendwo festhänge, Alter. Das ist so gut. Man findet auch nirgendwo Munition, also für die Waffen. Ne, ne, du musst auf Insta hoffen, glaub ich. Ja, 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 ja. Alter, 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 alter. Digga, pass auf, ich hab dich da allein gelassen. Ich merk's. Ich merk's. Naja, ich muss auch wegrennen hier, ich hab ja nur ne Sniper. Ja, die ist relativ leise. Browning. Naja, manche machen ja den Fehler und machen die ohne Sound ins Spiel irgendwie, da gibt's so'n kleinen Bug, den man beheben muss. Ich mach mal die Tür auf, hier. Manche machen das nicht. Ey, wir haben Crawler, Mann. Wenn ich hier welche Entwecke finde, so, ich hab mal das Ding aufgemacht, jetzt können wir uns mal ein bisschen das Haus angucken. Wie nice, Mann. In Crawler können wir uns dann drüber das Haus angucken, ich lauf erstmal drumherum. 1500. Okay. Hab ich nicht. Drumherum laufen, ja, mal gucken. Ich such mal Waffen, Alter. Ich weiß gar nicht, ob's hier ein Ziel gibt oder so, das wird mich mal interessieren. Nimm mich auf. Oh, hier ist noch ein Haus. 2000 kostet das. Hab ich leider nicht. Ne, ne, ich auch nicht. Wo man per Poster ist? Ne. Oh, ein Crawler. Boah, ist das alles dunkel. Wenn's blitzt, dann ist es schön hell. Das leuchtet da irgendwie so goldig, ne? Irgendwie so komisch. Das hier. Ah, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich hier wieder Out of Map falle. Wo waren jetzt die Stellen? Ach, tatsächlich, hier ist nochmal halt 2000, okay. Ja, vielleicht ist ja da ja was interessantes drin. Sag mir mal, wo das ist, nicht, dass ich auch rausfalle. Ne, ne, hier, so geht das gar nicht. Ich weiß nämlich, wie ich rausgefallen bin in Out of Map. Wenn du so am Stein vorbeigehst, passiert's nicht. Seh ich gerade. Okay. Dann müsstest du dafür hinter diese Garage gehen. Okay. Ist glaub ich ein Auto drin, ne? So, wie hab ich das denn gemacht? Ich bin dann hier irgendwie... Probier's nicht nochmal. Ja, okay, die Stelle hier sieht recht gefährlich aus. Ach, hier bin ich lang, genau, hier bin ich lang. So, schon bin ich Out of Map, so. Ach, du hast gedacht. Jetzt bin ich Out of Map und jetzt komm ich auch nicht mehr in die Map rein. Wenn ich jetzt hier in diesen Felsen reingehe, fall ich Out of Map. Na super. Tolle Wurst. Ne, nicht probieren. Ne, nein, Marion, ich bin wieder zurückgegangen. Geht's ja irgendwie um das Haus hier rein, hinten? Ne, in das Hütchen hier auch nicht. Gnade. Ne. Doof. Ich töte mal den Zombie, ja? Äh, ja. Ah, ich knife ihn, ich knife ihn. Genau. Bisschen Geld. Sollen wir uns jetzt hier verschanzen? Soll ich das... Ich kann das hier auf... Also das können wir uns auch aufkaufen hier, das Stück. Aber dann kommen sie alle von einer Ecke. Oh, Hunde. Nein. Nein. Oh mein Gott, Alter. Komm, wir gehen nach oben. Ne. Bist du hier schon mal langgegangen? Ja. Aber ich weiter. Ich weiter weiter. Leg dich. Leg dich. Du hafst dich hin. Genau, du hafst dich hin. Digga, ich hab nur ne Sniper, ne? Ich hab ne Browning und ne MP40. Ah, das wirst du locker packen. Wirst du locker packen. Locker. Ey, mit deiner PTAs kannst du die wegschneiden. War ich das jetzt oder du? Probier mal. Kriegst du nicht mit einem Schuss? Ne, ne. Nicht mit einem. Aber ich treffe, glaub ich. Ich schieße hier kaputt, wo das jetzt in der Acker. Ja, siehste. Das war ich. Das warst du, ja. Alles klar. Richtig schön aus hier. Richtig geiles Ambiente. Gefällt mir. Gefällt mir richtig. Passt auch perfekt zur Uhrzeit. Gruselst du dich gerne. Ich hab Angst. Ah, ich find's geil. Ich find's geil. Haus of Horror. Mir fehlen so die Lampen. So. Da kommt, da kommt noch ein Rufi. War ich das? Äh, weiß ich. Ich hab jetzt auch mal geschossen. Kann sein. Ja doch, du machst das schon. Ganz gut. Okay. Den musst du, genau. Ich muss nachladen. Wenn du zu nah komm, mach ich das. Easy, easy. Hast du die 900 in Goals schon gesehen? Die sind echt hübsch, ne? Ja, richtig geil gemacht. Auf jeden Fall. Richtig gut, äh, Arbeit geleistet. Warte, ich lad noch die Snapper nach. Jo, kannst. Alles klar. Sollen wir reingehen, oder? Ich weiß nicht. Geld haben wir, glaub ich, ne? Was kostet die Tür? 1,5, ja. Ich kauf auf. Oh, hör mal das Quietschen und wie langsam die aufgeht. Ach du Scheiße. Sollen wir reingehen, echt? Äh, ja okay. Und die Kerze ist grad ausgegangen. Ja. Oh, ich seh es, ja. Die qualmt aber lange, also. So, Achtung. Ah, jetzt kommen sie nur von vorne? Ja. Aber, ich stell mich mal hinter dich. Ich snipe ein bisschen. Okay. Ich pack mal die Browning aus. Na, wär cool, wenn du nicht hin hockst. Ey, die Browning, ne? Die ist einfach so fett. Man sieht nur die Hälfte vom Bildschirm sein. Das? Ah, Instackel. Na, gönnt ihr. Perfekt. Ja, du kannst ruhig auch abschnetzeln. So ist es nicht. Richtig geil, Mann. Jetzt gefällt mir doch die Sniper. Mach hinten die. Ja, komm, die kriegst du. Ja, ich nehm die. Ich nehm die da ganz hinten. Hüpping. Ich find den Hunde, den find ich echt auch schön gestaltet. Ich guck dir auch mal was aussehen, ne? Ja, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, er ist auch nicht getestet. Ghost, Ghost hat mich ziemlich gepackt, der Multiplayer. Also wirklich, ich bin, ich würd schon sagen, süchtig danach. Also es ist so geil, Mann. Momentan richtige Suchtgefahr hier bei mir. Mit Ghost. Multiplayer. Sollen wir reingehen? Oder hier ist noch, hier kostet noch eine 2000. Ich weiß nicht. Wow. Das hier, oh, oh. Und ich hab keine Nerven. Alter, wo kam der denn hin? Von der Seite. Ja, das schaffst du locker. Er hat mich voll überrascht. Ja, mit einer Sniper an den Eingang stellen ist natürlich nicht so doller. Naja, stimmt. Ohne Atombombe, 400 Punkte. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hm, na warte. Ich will noch versuchen, welche zu töten. Ich lad mal nach. Lea, können wir einen Corner machen vielleicht? Wo ist er denn, der Kackler? Ey, wo ist er? Ja. Na, ich weiß es nicht. Egal, jetzt haben wir da hin. Ja, war nur noch einer. House of Horror. So, aufkaufen oder nicht? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Ach da. Ja, komm. Ne, mach mal. Oh, die geht auch so langsam auf. Da gehen die alle so und so? Quietscht voll. Oh, was ist denn da schön? Was ist das? Oh, die kannst du irgendwas... Was? After Pickles, eh? Life of Salvation. Mach mal. Warte. What the fuck? Four more to go? Was zum Teufel? Was war das jetzt? Four more to go? Ja, um vier noch um... Ja, ich weiß. Ja, ja, klar, ja. Aber was genau losgeht, weiß ich leider nicht. Komm hier! Keine Ahnung, was losgeht. Ich mach wieder hier von hinten. Ja. Ey, wie komm ich denn hier rein, Mensch? Ich will hier rein. Wenn nur der Mann ist. Ey, hier kommst du total schwer rein, ey. Ey, hier kommst du total eng rein. Die Tür ist total enger. Okay. Ich muss nachladen. Ja, ich hab, ich hab keine Angst. Ich geh, das ist total schwer in die Tür reinzukommen. Ohne Witz. Ungewöhnlich. Was? Da reinzukommen? Ungewöhnlich eng. Nein, einfach wenn es rückwärts versucht ist. Dann kommst du total schwer da rein. Mal zwei. Ich lapp' nach. Ich lapp' nach. Mhm. So, hab' nachgeladen. Double Points sind kein Zombie hier. Das halten. Mal warte, ich halte mich gleich wieder zurück. Ja. Schieß dann, wenn du wieder zurückgehst. Alter. Kann doch nicht schon der letzte sein, wa? Es ist wenig los, ne? Irgendwie. Alter, kack doch mal ab, ey. Alter, der war hart. Alter, warum kann ich so schnell knifen? Ja, du hast doch schon, du hast doch nen Knife of Salvation. Ne, ne, hab' ich nicht. Vielleicht ist das wirklich nicht irgendwie... Ich trau' mich jetzt nicht, den... Ne, ne, trau' ich mich nicht. Komm, wir schießen mal einen an. Warte, wir schießen den mal an. Naja. Egal, warte, lass mal weiter aufkaufen jetzt hier. Was, äh, war hier noch was? Ne, ne? Hier geht's glücklich weiter. 2.000. Machst du durch? Ne, ich mach mal. Du hast 100 mehr, ne? Quietsch. Oh, die gehen alle so langsam auf, man. Ebel. Das ist ja voll... Ja, geil, aber assi. Oh, ne PPSA. Was? Okay. Boah, geil. Kannst du die erstmal... Ah, hier ist nochmal 2.000. Soll ich die auch noch aufkaufen? Oh, hier die Uhr. Was? Ey, die machen Geräusch. Wie geil. Soll ich die auch noch aufkaufen? Ja, komm. Ne, mach mal. So episch, wie die Türen aufgehen, ne? Oh mein Gott, ey, ohne Scheiß. Sehr schön. Oh, ich glaub hier... Ah, toll, noch ne Tür. Witzig. Alter, wie teuer. Wir sind jetzt hinter. Du könntest jetzt von hier ausschnitten. Pass auf, du bleibst hier und ich geh vorne rein. Äh, sniper liegt jetzt hier. Ja. Ey, pass auf, du sniperst hier durch die... Ah, ich nimm's nicht mehr. Kannst du hier durchsnipern? Durch das Regal? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht kriegst du das hinten und ich bleib hier vorne. Na, das ist ja voller Arme, ey. Dann bist du auf jeden Fall sicher. Guck mich? Ne, kann ich nicht, kann ich nicht. Ah doch, kann ich nicht. War ich es oder warst du es? Ja, das warst du. Da kann auf jeden Fall Schuss an dich gesinnen. Na, ich kann nicht. Oder nicht irgendwo. Soll ich hier einsammeln? Naja, jederzeit, jederzeit. Ah, jederzeit. Alter, dafür ist zu viel los. Warte, ich pack mal grad meine Dingens aus. Alter. So, und jetzt schnell. Und? Ja, hapsel. Sehr schön. Warte, ich lass das mal mit dem Snapen hier, Alter. Ähm. Oh. Alter, wo will er denn hin? Ja, das ist deswegen hier rausgehakt. Gar nicht so einfach. Hier hält man es voll aus, Mann. Es geht, ne? Aber ich glaube, wenn das zu viel wird, dann habe ich Probleme. So ohne Äffchen und so. Hier könnten wir, wenn das die einzige Kiste ist, dann ist das doof. Ja, dann können wir doch jederzeit nochmal rangehen. So, ich habe 2.000, ich kaufe weiter auch. Ich auch. Ja, ich auch. Komm, ich kaufe die nächsten. Oh, die Sachen, die Türen sind voll eng. Ne, ne, ja, wir haben uns geblockt. Warte mal hier. Beach, quietsch, quietsch. So episch. Was ist hier drin? Was zu essen? Super. Achtung, Achtung. Hier kommt gleich wieder. Hier geht es auch noch. Hier 2.000. Ich glaube, hier geht es in den Hauptraum. Warte nicht. Ich habe, ne, ne. Hier geht es nicht in den Hauptraum. Was denn? Word of Jesus. Kannst ein Brot des Jesus aufnehmen. Wow. Alter, wie geil das aussieht, wenn das mit Feuer verschwindet, ne? Ja, ja, ja. Wo sind wir jetzt? Ach du Scheiße, was sind wir denn hier? Oh, wie episch das alles aussieht. Auf dem Klo. Ah, hier ist die Tür. Na, ich hör doch den Zombie. Das ist die Tür, ne? Die andere Seite. Naja, die andere, die nicht aufgehen. Die andere, die nicht aufgehen. Ja. Okay, wir müssen also noch drei Sachen finden. Irgendwas. Oder war... Was war das denn da? Ist gerade was durch. Oh, hier haben wir einen Koala. Naja, ist doch gut so, dass wir einen haben. Ja, wir haben kein Geld. Das rumgucken lohnt sich nicht. Ja doch, warte mal. In dem Haus sind wir durch, glaube ich. Wir haben doch alles aufgekauft. Es geht echt nicht weiter. In dem sind wir durch, ja. Aber in das andere Haus kann man nicht rein, weil wir zu wenig Geld haben. Und dann gibt's vielleicht noch eine Runde und dann gehen wir das andere raus. Okay. Würde ich sagen. Bleib mal hier. Am besten hier im Raum. Der ist schön weitläufig hier, finde ich. Der ist zu eng da rum. Ich komm gleich zu dir. Ich komm gleich zu dir. Ich will nur was gucken. Okay. Ey, die spawnen hier drin. Fuck. In dem Raum da. Geh weg. Die spawnen da am Boden. Ohne Scheiß. Digga, hier gehst du nach oben. Was? Wo? Hier. Moment. Ach, tatsächlich. Hast du das aufgekauft? Nee, nee. Hab ich gerade gesehen. 2.000 muss weiter kaufen. 2.000 hab ich nicht. Okay, dann bleib mal hier. Ja, ich hab PPSH. Die kommen auch nur von vorne, wa? Nice, Alter. Sieht so aus. Das ist alles eng, Alter. Naja, aber egal. Bis bald. Bye. Bye.